Oh, oh. Hier waren wir doch schonmal. Systemzeit läuft die Kürze aus. Verlassen Sie den Bereich auf schnellstem Wege. Ähm, da oben sieht es aus, als wenn es weitergeht. Ähm, Speyran. Systemaufmodus-Freund und Helfer gut gestellt. Willkommen zurück, Herr Schaffer. Herr Schaffer? Ähm, okay. Du bist mir also jetzt freundlich gesehen. Leiste hilft. Leiste hilft. Okay. Naja, aber so kommt man da eigentlich gar nicht weiter. Was haben wir hier? Ähm, Anzug wählen geht nicht. Defekt. Anzug wählen. Wow. Das war wohl nicht so gut. Okay. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Ähm, das sieht jetzt ein bisschen gefährlich aus. Speyran. Ja, Spielstand. Das sieht man sehr radioaktiv aus. Oh, ja, sehr radioaktiv. Da ist noch mehr. Ne, da geht es auf jeden Fall nicht durch. Ähm, ähm, ach da, schau mal, da liegt eine Holomarke. Jetzt schon 14. Wow. Ich glaube, ich kriege diesmal deutlich mehr. Also, jetzt muss ich warten, dass er hochfährt. Und dann da rüber springen, damit ich da hochkomme. Ich fahre mich hoch. Wow. Diesmal gleich beim ersten Mal geschafft. Das letzte Mal. Doch, gute Weile. Naja, egal. So, ich muss hier irgendwie durch. Ähm. Ja, nur wie. Nee, vom Wegen. Da bin ich jetzt gerade hergekommen. Da komme ich nicht wirklich durch. Aber wie wäre es denn? Hiermit. Ja, den habe ich ja vorgesucht. Haben wir irgendwas? Halt die Klappe. Ähm. Ja, das mit dem Systemausfall weiß ich doch. Geht es nicht wirklich weiter. Aber gehen wir hier lang. Oh, oh. Seht ihr, was ich sehe? Alles vermint. Alles vermint. Ich schätze mal nicht, dass ich die nehmen kann. Speichern. In den Schärfen geht nicht. Okay. ich seh schon da muss man in der mitte durch irgendwie das war's nicht ja toll danke das war's nicht schließen sicherheitstür da muss nein geht da muss nein ich muss da durch schon wieder ja ja ist schon recht ja ja gerade noch überlebt es ist heute sind alle Minen weg mhm um trotzdem nichts zu finden nein irgendwas so was haben wir hier wow da liegen Minen speichern ganz 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 vorsichtig dran vorbei Station 3 ist doch schon verloren wow radioaktivität wow geht nicht auf hier haben wir Radioaktivität sollten wir nicht aufhören hier irgendwas nein zettel nein geht auch nicht auf was sich offen was was haben wir hier holomark sehr schön habe ich jetzt schon 15 sehr schön ach ja bleistift so ähm noch irgendeine notiz noch ein bleistift hey jetzt sind sie aber langsam großzügig aktivieren zugriffsterminal zugriffsterminal für tür entsperrung notausgang öffnen das klingt gut ok sieht man hier irgendwas wow was ist das denn kommt der nochmal zurück der kommt tatsächlich zurück ok waffe raus ich weiß ja nicht ob der was tut der tut was ganz klar wow was bist du denn für einer äh der ist da rausgekommen oh mein gott es müssen eier sein oder sowas also das haben sie richtig gut hingekriegt wow ich bin erschüttert so gut ok weg hier so was haben wir hier Moment mal ähm kann ich die tür wieder zu machen nein flammkorn mac and cheese so nehmen wir da mit nehmen wir auch mit Fleisch und Bohnen Nahrungsmittel brauchen wir hier Zuckerbomben 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 ähm ein Salisbury steak weg was ist das nein ist nix Sicherungen kein Gewicht aber vielleicht brauchen wir die für irgendwas Bleistifte sonst 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 ist hier nichts nein 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 Fischung nein ich weiß zwar nicht wofür das gut ist aber das ist Reparaturfähigkeit nicht hoch genug um mit der Falle umgehen zu können ok ja schade eine kleine einschränkung meines Level 7 Chance na gut dann hätte ich vielleicht einen alternativen Weg mal 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 das war nichts laden oh ne hier bei den Minen ok ich will das überleben das geht ja nicht also da war nix also schnell hier durch ok hoch da war das schon wieder Schwierigkeiten hier hoch zu kommen Bleistift Marke Bleistift Terminal Notausgang öffnen ok lassen wir das Monster mal durchlaufen ich glaube der macht die Tür da vorne auf irgendwie ok danke schön dann alles einpacken was nicht nieder nagelfest ist das habe ich ein paar Sicherungen und und Bleistifte und Bleistifte ok Speichern weil ich ja mit dieser Falle nicht umgehen kann na komm spring drüber so wo muss ich jetzt lang ich weiß nicht wo ich lang muss ich weiß nicht wo ich lang muss ach so bravo so